servus zusammen schön dass ihr wieder mit am start seid heute geht es mal wieder um ein produkt wir haben wieder ein produkt am start habe ich mir bestellt vor drei oder vier tagen ja hätte gestern schon ankommen sollen ist halt heute angekommen ist aber auch kein problem ich habe es jetzt nicht eilig heute ist es das ist mega das scheiß wetter deswegen der inhalt was hier drin ist dafür brauchen wir gutes wetter sozusagen okay nicht zwingend erforderlich aber wäre schon besser so jetzt gucken wir erst mal was hier drin ist überhaupt ihr habt ja schon im titel gelesen was drin ist wir machen einfach mal ein unboxing dazu sieht auf jeden fall krass aus gut eingepackt also stabil dass nichts kaputt geht holen wir mal raus was das schaumstoff schön geil also ich bin gespannt muss auch wertig sein also es war auch teuer jetzt seht ihr erstmal worum es hier überhaupt geht von k und f konzept sozusagen ist es ein filtersystem also da ist halt hier eine anleitung dabei geil alles schön auf chinesisch verstehe ich kein problem gucken wir mal gucken wir sogar auf deutsch sogar deutsche sprache hier also der autofokus greift ja richtig gut nämlich überhaupt nicht geil das ist auf jeden fall schon mal nicht schlecht also eine coole anleitung wo man dann auch sehen kann sozusagen guck jetzt mal ob hier fokussiert vom autofokus ja da könnt ihr nämlich dann auch sehen nd2 nd4 nd8 sozusagen mit welchem filtersystem welche verschlusszeit also sehr sehr cool also einfach mal so eine tabelle dabei geil finde ich cool das ist nicht schlecht das ist ein guter anfang so was haben wir dann hier 150 mm square filtersystem gucken wir uns gleich an geil also ist schon sehr geil eingepackt also sehr wertig also ja was habe ich bezahlt 116 euro ich glaube 178 euro sonst ich habe ein gutes angebot erwischt glück gehabt und krass also schön wertig hier ist wie so eine ding ich weiß gar nicht ob man das sieht na wir gucken jetzt erst mal in das filtersystem rein kommen wir machen hier mal wie geht das überhaupt auf oha einfach zum aufklappen magnetisch oha wow krass guck mal mit magnet hier sexy also das ist echt krass und schön sehr schön flauschig weg damit boah geil geil damit fotografieren gehen jetzt schon boah richtig geiles gefühl beim auspacken sage ich euch ehrlich wie es ist boah fühlt sich richtig gut an fühlt sich richtig wertig an aber wie gesagt muss auch für den preis ich bin wirklich gespannt am ende werde ich euch bilder einblenden sozusagen ich mache jetzt hier das unboxing dann werde ich die nächste woche die filter alles testen dann werde ich noch mal ein teil aufnehmen was dazu sagen zusammenschneiden und bilder einfügen hier ich glaube an der schlaufe kann man ziehen ja man an der schlaufe kann man ziehen und dann kann man den filter rausholen okay der ist jetzt ding haben sie schön gemacht der ist vor der ist sogar extra verpackt das haben die echt respekt geht raus also das ist wow sehr sehr schön verpackt also verlaufsfilter nd8 verlaufsfilter wie ihr seht weil jeder fotograf der langzeitbelichtung kennt der weiß dass es ein absoluter abfuck ist wenn der himmel sozusagen die sonne oben steht und das ist einfach so zu sagen du willst vorder sagen wir unten im vordergrund willst du steine haben willst die aber hell belichten dann drehst du die belichtung hoch oder machst halt sozusagen ja mehrere sekunden dass du halt länger aufnehmen kannst und zack ist der himmel überbelichtet und dafür brauchen wir diesen verlaufsfilter nd8 verlaufsfilter zeige ich euch mal kurz so werde ich auf jeden fall bilder einblenden und ich habe jetzt keine ahnung ob der lila stich hat grün stich blau stich je nachdem auch so fühlt sich sehr sehr wertig an das geile ist ich habe ja wegen meiner hauterkrankung immer fettige finger optimal dann eben so ein filtersystem jetzt gucke ich mal wie ich das hier rein packt vorsichtig dass ich es eben nicht fettig mache ist auf jeden fall cool dass diese schlaufe da am start ist dann kann man es nämlich mit der schlaufe wieder raus ziehen sozusagen ich werde jetzt vorsichtig wieder rein drücken sehr sehr cool gemacht kann man mit der schlaufe dann kann damit der schlaufe vorsichtig raus ziehen kann man rein drücken geil also das gefällt mir schon mal sehr sehr gut ich weiß jetzt nicht wie das richtig hinkommt ich mache es jetzt einfach mal so zu fühlt sich gut an geil schön flach für den rucksack jetzt gucken wir mal was da noch am start ist weil ich habe mir also ein kompakt set gekauft ich habe mir jetzt nicht nur ein verlaubsfilter gekauft hier ist auf jeden fall der 100 meter 100 meter 100 millimeter square filter system das ist ganz wichtig dass wir überhaupt ist es auch hier mit ding ich weiß wieder nicht ob das zum schieben ich glaube das ist auch hier zum paar alles magnetisch war geil sieht geil aus also die haben da schon warte mal raus fühlt sich gut an fühlt sich wertig an hier sozusagen das kommt dann nachher auf die kamera aufs objektiv und da kann man dann sozusagen ich sehe schon hier zwei filter könnt ihr einsetzen aus dem verlaufs filter in ende 1000 filter habe ich ja auch noch dazu bestellt also das ist alles in so einem set werde ich euch dann auch unten in der beschreibung verlinken könnt ihr auf jeden fall da mal reinschauen also so sehr wertige eindruck jetzt holen wir mal hier das andere raus was ist das hier das gehört auch adapter ringe ok stimmt das sind adapter ringe weil wir werden ja mehrere adapter ringe brauchen eben das ist halt das coole dann muss man nicht für jedes objektiv extra so filter kaufen ich habe immer sonst so runde filter benutzt wisst ihr was ich meine ich mache jetzt wahrscheinlich den karton hier kaputt so wie es aussieht so geil guck mal da habt ihr ich weiß jetzt nicht ich werde in die beschreibung schreiben von welcher größe bis welcher größe habt ihr die ganzen adapter ringe hier drin geil sehr sehr geil sehr ordentlich verpackt gefällt mir sehr 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 gut ich werde euch nachher auf jeden fall auch zeigen wie es an der kamera aussieht ich werde auf jeden fall noch eine aufnahme machen extra so das war es mit dem adapter ring machen wir das auch mal auf seite so jetzt haben wir hier noch sozusagen das ist glaubt der nd 1000 filter ja komm wir machen mal auf wir gucken mal rein ja mann guck mal wie geil das aussieht hier ist dann auch auf schön chinesisch englisch beschreibung und zieht echt schön aus also sieht echt ich guck mal hier ob man das besser ding das ist echt sehr wertig kommt pack mal aus zack schön guck mal hier kommt das band das muss ich nachher bei dem anderen drei mal hier und dann kann man hier hochziehen ich habe es vorher da rausgezogen zack auch schön verpackt sehr geil also von der verpackung her wie es ankommt absolut high class unboxing hier also ehrlich klar viel müll und so aber trotzdem sehr sehr gut verpackt da seht ihr hier seht ihr nämlich gar nichts mehr das ist ein nd 1000 filter damit kann ich dann schön sieht man das ich glaube das ist spiegel verkehrt wenn ich das hier drehe sozusagen ist trotzdem spiegel verkehrt gern aber ist auch egal auf jeden fall ist das ein nd 1000 und plus der verlaufs filter geil ich bin wirklich gespannt wie die qualität dass wir packen jetzt schnell wieder hier rein das ist halt geil dann macht man halt nichts fertig aus es fühlt sich sehr wertig an ich weiß jetzt gerade nicht auswendig was für ein glas oder so das müsst ihr dann alles in der beschreibung lesen und so sehr sehr geil ich mache jetzt kurz eine pause werde mal alles sozusagen herrichten und an meine kamera machen einfach um euch zu zeigen wie das dann an der kamera aussieht also bis gleich so jetzt habe ich mal mein objektiv geholt sozusagen mein sony das ist jetzt von 16 bis 50 mm sozusagen 2 8er und ich habe jetzt schon mal hier sozusagen jetzt ja die ganzen dinge adapter also es fängt glaubt bei wir gucken mal bei 49 mm fängt es an das ist das kleinste und 82 ist der größte adapter sozusagen vom filtersystem ich habe das jetzt hier einfach mal ganz normal drauf geschraubt hier dann bei dem adapter ich habe da einfach das orange aufschrauben und dann kann man das sozusagen hier rein machen und dann schraubt man ganz normal hierzu schraubt man fest so und dann haben wir schon sozusagen das filtersystem drauf ich bin nachher gespannt wie viel randabschattung ob es randabschattung hat es jetzt nur 16 mm sozusagen aber ich habe noch ein 10 mm weitwinkel objektiv da werde ich das na klar auch testen ich denke da wird es randabschattung haben aber auf jeden fall cool jetzt holen wir mal den verlaufsfilter raus zeige ich euch gleich und dann werden wir den mal da rein machen dass ihr mal einfach seht wie das aussieht ich kann auch mal kurz noch die kamera holen so jetzt probieren wir mal den verlaufsfilter sozusagen an dem objektiv anzubringen also das ist wirklich sehr schön das fühlt sich wirklich sehr schön wertig an also das ist echt wirklich ein top material aber ja für das geld erwarte ich auch sowas gell hier schlaufe schön nach oben ziehen geil 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 schön dass man den filter nicht verdappt filter rausholen zack dann hat man ja die kamera schön auf dem objektiv eigentlich und wir gucken jetzt mal also es hat sozusagen hier sieht man das glaube ich zwei also zwei filter man kann wahrscheinlich auch ja ich könnte noch ein pol filter werde ich mir wahrscheinlich eh habe ich auch noch ein aber werde ich mir vielleicht noch einholen pol filter drauf dann verlaufsfilter drauf und dann in die 1000 ich gucke jetzt mal hier ob ich das jetzt hier rein bekommen sozusagen das geht schwer okay das war nur der erste ding okay es geht gut angenehm ich dachte schon also dann seht ihr eben dann könnt ihr sozusagen je nachdem den verlauf hier wie ihr halt wollt einstellen je nachdem wie der himmel halt ist und sehr geil also geht jetzt doch einfacher ich dachte es geht ein bisschen schwieriger ich habe mir auch schon ein paar youtube videos angeguckt bei denen war das sehr sehr schwer aber hier vielleicht haben die etwas geändert zack kann man leicht hin und her schieben also ganz leichter druck ist das finde ich aber auch wichtig geil außer dass da ein bisschen stabilität ist und sehr geil also sehr sehr wertig klar ich kann jetzt noch nichts zur bildqualität sagen habe ich noch nichts wie ihr seht unboxing video werde ich auf jeden fall dazu schneiden einfach am ende noch euch bilder einblenden vielleicht noch mal was dazu sagen oder auch schriftlich auf jeden fall freue ich mich ich bin gespannt schade leider ist heute sehr sehr schlechtes wetter pisswetter sonst wäre ich jetzt direkt rausgegangen und hätte direkt ja sofort alles getestet aber bei dem pisswetter habe ich jetzt keinen bock also morgen wird es aber wieder schöneres wetter und dann werde ich morgen die ersten aufnahmen machen ich bin wirklich gespannt also geil ich bin halb drauf ich freue mich bin froh dass es jetzt angekommen ist weil ich wollte schon lange so ein filter steck system einfach eben durch meine haut habe ich immer fettige finger plus dass diese kleinen also diese runden filter dann verkanten die sich mal wenn es dann draußen kalt ist oder so auch im winter habe ich gemerkt es macht einfach nicht so viel spaß hier so filter geil einfach sozusagen dann ja nd 1000 ist jetzt hier am start und dieser nd 8 verlaufs filter werde dann hier noch ein pol filter drauf machen und dann war es das eigentlich erstmal vielleicht kaufe ich mir ich habe jetzt noch nicht geguckt was das alles gibt sozusagen hier wäre halt geil nicht jetzt nur nd 1000 sondern am allerliebsten fotografiere ich halt wirklich mit dem nd 64 filter werde ich mir gucken werde ich nächsten monat mir dann dazu besorgen dazu bestellen und geil auf jeden fall die qualität sehr sehr ansprechend auch so richtig schön alles die kartons ich werde jetzt alles schön aufräumen bedankt mich auf jeden fall fürs zugucken sehr geil macht vielleicht so eine testaufnahme jetzt hier einfach mal so zu hause habe hier jetzt kein fließend wasser oder sonnenuntergang aber ich wollte mal gucken guck mal ob das hier drauf passt passt jetzt nicht mehr meine ding sozusagen da kann ich halt meine keinen schutz drauf mal habe ist auch scheißegal das ist jetzt auch nicht so wichtig sozusagen ich kann es noch mal probieren aber weil dann könnte ich das so drauf lassen ne muss man wahrscheinlich ja muss man dann nachher ab machen aber ist ja auch kein problem einfach hier zack aufdrehen haben wir gucken mal machen wir mal abdrehen mal kurz hier auf zack abnehmen gut ist es mal gucken ob es so drauf passt ob ich ding ne passt so auch nicht drauf deswegen ja das ist ja kein problem dann schrauben wir einfach ab und dann hat sich das auch erledigt das ist also wirklich sehr gutes material das geht wirklich schnell schnell ist wirklich gefällt mir auf jeden fall vielen vielen dank fürs zusehen lasst es euch gut gehen ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben wenn ihr irgendwelche fragen habt oder so haut sie einfach unten rein wie gesagt wir werden sehen was am ende rauskommt zieht euch die bilder rein dankeschön für euren support 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 dankeschön für euren support